So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Heute mal ohne Intro, weil ich das Intro abwarten muss, weil die ganze Zeit da meine Serienummer eingeblendet wird und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen machen wir es heute mal ohne Intro und wir spielen Medal of Honor aus dem Jahre 2010. Ich habe mir mal gedacht, es wird mal Zeit für ein bisschen Shooter-Action, der nicht mit irgendwelchen kleinen Mädchen oder sonstigen Horror-Elementen ist. Und einfach nur ein bisschen Shooter zwischendrin, dachte ich mir, kann es mal machen. Und deswegen legen wir einfach mal mit einem neuen Spiel los. Ja, mein Gespräch hat das Fortruget verloren. Ja, ich bin erfahren. Ja, ich bin erfahren. Sie mögen niemals altern, anders als wie wir, die wir verbleiben. Das Alter möge sie nicht ermüden, die Jahre nicht zeichnen. Weiter konnte ich nicht lesen, schade. Klinge bewegen kann ich mich noch nicht. Das Intro. Himmel, Ravid, schalten Sie die Scheiße aus? Gleich wird es ungemütlich. Alles klar bei euch da hinten? Roger, alles bestens. Außer bei Ravid und seinen greatest hits ist Hindokusch. Immer noch besser als der ständige Hip-Hop von Freacher. Vielleicht sollte ich ihn als Erster verschießen. Okay, es geht los. Ist das ihr junge Mother? Negativ. Tarek ist in einem Versteck in der Stadt. Das sind seine Jungs. Alles okay, wir sagen uns wo er ist. Roger. Passt aber trotzdem mal. Das war's. Brudu, ich habe Tariks Position. Wir rücken aus. Enter, ist Wolfpack in Position? Positiv, der Süden von Gades sieht ruhig aus. Sind Sie bei Tarik? Noch nicht. Sagen Sie Bescheid, wenn sich was ändert. Verstanden. Festhalten. Schiegen. Der Typ hat gesagt, die Taliban sind am Sonntag abgehauen. Ja, Sie und alle anderen. Tja, behalte die Finger am Abzug. Brudu, schließen Sie auf. Atarik, Dokumente. Rangy scheint es zu glauben. Er weiß irgendwas, sonst braucht er nicht so viel Security. Nach links. Was zum Teufel. Brudu, wir haben Besuch. Wer zum Teufel sind die Typen? Dach, 12 Uhr, ein Ziel. 11 Uhr, Fenster, zwei Ziele. Mala, ein Truck blockiert unseren Rückzug. Verstanden. Tschetschei, scheiße. Geht doch, geht doch. Aha, hier, hallo, Torfubeigutsch. Geht, helft, 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 helft. Scheiße, vier, vier, sind Sie da? Bleib mit los, wir müssen weiter. Mein Hinterhalt. Bleib mit, raus jetzt! Weg von dem Truck! Wasser, Wasser, hier ist Mudo. Verfolger ist tot. Weit vier zu Fuß. Verstanden. Eins, drei auch zu Fuß, alles Bestens. Augen auf. Hier sind wir des von Schützen. Rabbit, vorwärts. Mada Mudo, wie ist hier status? Sind zehn Meter hinter der Absturzstelle. Zweites Deck. Kerl auf dem Dach. Wir müssen hier weg. Wenn wir von hier weiter feuern, können wir in unsere Position geloßen und ausreichnen. Wir kommen hier. Verstanden. Und damit geht das Ganze los. Der Kampf beginnt! Nachdem wir durch einen Hinterhalt gelockt wurden, äh in einen Hinterhalt gelockt wurden, hier ducke ich mich mal mit zehn. Das war's für den. Kopfschuss. Oh, den hab ich nicht gesehen. Balkon, da oben. Sichern, sichern Sie die Stelle. Okay, wir kommen. Okay, wir kommen. Die Straße fällt aus. Komm nicht an Wrack vorbei. Roger. 1-3 überqueren jetzt die Straße. Roger. Voodoo, gehen Sie durch die Gebäude. Die Straßen sind zu gefährlich. Okay. Revit, durch die Gebäude. In Deckung gehen und Kette bilden. Verstanden. Ab durch die Gebäude. Und weggeballert. Und dann stoßen wir vor. Drücken Sie die Leertaste umzuschauen. Die Erklärung. Gebäude sichern. Wir sammeln uns und dann machen wir uns über ihn Gedanken. Roger. Du, oder die? Hier. Wir sind draußen. Die Gasse rauf. Blau, blau. Wind auf dem Balkon. Zweifelstück. Voodoo, Revit. Feuer einstellen. Okay, kommt sie. Richtig immer ganz gut. Bewegung. Gasse sichern. Drücken Sie alt, um zu spähen. Also. Ich komm, hier kommt zum Reden. Ich komm, hier kommt zum Reden. Der hat mich erwischt. Kann man reloaden. Die treffen mich, aber ich treff sie nicht. Das find ich voll frech. Den hab ich, glaub ich, erwischt jetzt. Einsatzziele reicht. Alles klar. Wir suchen weiter oben eine andere Route zu Tarek's Versteck. Verstanden. Wir sammeln uns oben. Roger. Schleiflinge eintreten. An die Tür. Drücke F, um die Tür einzutreten. Kontakt. Hör sie. Und immer schön nachladen nach jedem Kill. Lichter aus. Deaktivieren wir den Verteilerkasten. Lichter aus. Not ein Schalten, schlafen. Drücke Y, um das Visier zu wechseln. Ah, Nachtsicht-Mode. Nice. Hier entlang. Sie haben genug Munition. Dann gucken wir mal, ne? War's das? Ja. Sieht so aus. Schön allesamt ausgelegt. Gut. Dann geduckt hier reinlaufen. So schleichend mäßig. Du, macht das doch irgendwie Spaß, so Bisschen im Tarn-Mode Treppe, ja, Gott, alles klar, Voodoo Wir gehen die Treppe hoch Stechen Sie ihn ab, aber er hat schon erschossen Und die Tür wieder eintreten So, den hab ich nochmal schnell weggekopfschutzt Ich muss mich grad mal ein bisschen recken Ist der jetzt down? Ja, der scheint down oder geflohen zu sein So, erst mal das Visier ausschalten Wo müssen wir lang? Ah, hier müssen wir lang Den haben wir erledigt Mother, ihr seht jede Menge Türen 2-4 geht nach oben Knallt uns nicht ab Roger, Voodoo Rabbit, hier lang Die labern voll viel Äh, gut, ich muss mich eh konzentrieren Ich komm kaum zum Reden Mother, Voodoo, wir kommen zu Ihnen Verstanden Zwei Tangos Oberdeck Andere Straßenseite Oberdeck Kontakt Kontakt Ich hab schon gemerkt, dass hier Kontakt ist So, Kopfschuss Voodoo, Verbündete auf 3 Uhr Panther, hier Martha Los, Martha Wir sitzen in der Scheiße Hier wimmelt es von Feinden Jemand hat uns reingelegt Scheiße, haben Sie Tarek Nähern uns der Zielposition jetzt zu Fuß Verstanden Gehen wir, Tarek ist am anderen Ende der Stadt Wir sind dicht dran Ja, Krieg Krieg bleibt immer gleich Flankieren die den MG-Schützen Richard, Sie kommen hier Polo ist die Jung-Rabbit, rechte Flanke Laufen Sie los, sobald wir feuern Los, Bewegung Okay, müssen wir jetzt ausschalten Ganz gewitzt Da müssen wir mal ein bisschen flankieren Dann kommen wir nämlich von der Seite ran Der ist, glaube ich, down Jetzt nähern wir uns langsam dem Schützen den Oh, das war nicht so geplant, ne? Da kam ein fette Raketenwerfer an Und der ist down Scheiße Pudo, Rabbit, alles okay? Denke schon Wir brauchen Tarek nicht, um zu wissen, wo die bösen Jungs sind Das wissen wir schon Ja, genau hier Kommen Sie raus, wir geben Ihnen Deckung Verstanden, Rabbit, wir gehen Gut, dann gehen wir Kontrollpunkt Scheiße, Tango Dach, auf der Treppe Eddie Die haben Letter 1, 1, 1, 1 Ah, das ist doch etwas schwerer, als ich gedacht habe Jetzt mal habe ich auf leicht gespielt Kontrollpunkt So geht das Tarek ist umgefallen, Mother Das Haus ist eine verdammte Falle Das Haus, wohl ihr, die ganze Stadt Wir sind da, sehen wir uns mal um Frische Magazine und volle Konzentration Wenn Tarek da drin ist, brauchen wir ihn lebend Gehen wir Wir sind für Sie So, müssen wir einen Moni aufstocken Hättet ihr gesagt, frische Magazine Sichere den Innenraum Raus auf dem Schutzfeld Verstanden Verstanden Sie kommen raus Rechts Okay, um eine Granate zu werfen Kappschuss Der ist weg Der ist auch weg Oh, 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 oh Ein paar Nates Das kann noch weiter werden Kontrollpunkt Verstanden, gehen wir Rette Tarek Al-Vazir Ne, keine Ahnung Ich komme hier nicht zum Quatschen Wodou, Tür sichern Scheiße Tarek Wenn er umgefallen ist, dann nicht freiwillig Runter Ja, das war eine Falle Und ein Hinterhalt Scheiße Verdammt, Mother Nicht unter, Mann Toll, was jetzt Kanta Ja, Mother Wir sind in Polition Keine Spur von Tarek Ich wiederhole Kein Tarek Mother, Sie haben Glück Langley hat Predator Bilder von Flüchtigen auf dem Weg nach Balahisar Verstanden Sind schon unterwegs Verlieren wir keine Zeit Gehen wir Mother, Jimmy sagt, Sie könnten Tarek haben Ein Dutzend Kerle mit Waffen Und ein Gefangener So, das war gerade ein Kontrollpunkt Hier mache ich jetzt erstmal kurz einen kleinen Cut Und Wir sehen uns wieder, wenn wir weiter auf den Spuren von Tarek Äh Uns befinden Und uns hier durch Afghanistan durchschnetzeln In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge Oder in einer anderen Folge von irgendwas anderem Auf Wiedersehen Ähm 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 d wie